Eason, ein zwölfjähriger Junge, verkaufte Süßigkeiten, um seiner Mutter zu helfen. Gedemütigt von einem arroganten Restaurantbesitzer schwor er, eines Tages die Dinge zu ändern. Jahre später, als CEO eines großen Unternehmens, steht Eason vor einer unerwarteten Wahl, dem Mann zu helfen oder ihn zu ignorieren, der ihn einst herabsetzte. Eine emotionale Geschichte über das Überwinden von Herausforderungen, Vergebung und die Kraft zweiter Chancen. Eason rannte durch die engen Straßen des Viertels, seine Hände fest um eine Schachtel mit hausgemachten Süßigkeiten geklammert. Mit zwölf Jahren trug er bereits die Verantwortung, seiner Mutter, Sarah, beim Bezahlen der Rechnungen zu helfen. Sein Vater hatte die Familie vor Jahren verlassen und sie mit nichts als Schulden und zerbrochenen Träumen zurückgelassen. Trotz der Schwierigkeiten verlor Eason nie sein ansteckendes Lächeln. Seine braunen Augen funkelten entschlossen, als er sich den Fußgängern nährte und die Süßigkeiten anbot, die seine Mutter so liebevoll gemacht hatte. Frische Süßigkeiten Heute Morgen gemacht, kündigte er begeistert an. Sarah, eine 35-jährige Frau mit braunen Haaren, die stets zu einem einfachen Knoten zusammengebunden waren, arbeitete tagsüber unermüdlich als Putzfrau und bereitete nachts Süßigkeiten zu. Ihre schwierigen Hände waren stumme Zeugen jahrelanger harter Arbeit, aber ihr Herz blieb freundlich und voller Hoffnung. An diesem Sommernachmittag beschloss Eason, sein Glück in einem wohlhabenderen Teil der Stadt zu versuchen. Die breiten, von Bäumen gesäumten Straßen standen in starkem Kontrast zu seinem bescheidenen Viertel. Er nährte sich einem eleganten Restaurant mit weißen Tischdecken auf dem Bürgersteig und gut gekleideten Gästen, die teure Mahlzeiten genossen. Der Junge holte tief Luft, richtete sein verblasstes T-Shirt und ging zu einem Tisch, an dem ein Paar lebhaft plauderte. Entschuldigen Sie, sagte er höflich, möchten Sie etwas Süßes kaufen? Sie sind köstlich und von meiner Mutter gemacht. Der Mann am Tisch, Robert, der Besitzer des Restaurants, schaute Eason mit Verachtung an. Groß, mittleren Alters, mit perfekt gekämmtem grauen Haar und einem tadellosen Anzug, strahlte er eine Aura der Überlegenheit aus. Junge, siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Dies ist ein erstklassiges Lokal, kein Straßenmarkt. Eason, der das Gewicht der Worte spürte, versuchte es noch einmal, entschuldigen Sie, dass ich Sie störe, her. Es ist nur so, dass ich meiner Mutter helfen muss und... Robert unterbrach abrupt, ich habe dir bereits gesagt, dass wir nicht interessiert sind. Verschwinde, bevor ich die Sicherheit rufe. Kinder wie du vertreiben meine Kunden. Ethans Gesicht brannte vor Scham. Er murmelte eine Entschuldigung und ging schnell weg, Tränen stiegen ihm in die Augen. Als er in seine Nachbarschaft zurückrannte, schwor er sich, dass er eines Tages erfolgreich sein würde und niemand ihn jemals wieder so behandeln würde. Jahre vergingen, und Eason verwandelte den Schmerz dieses Tages in Treibstoff für seine Ambitionen. Er studierte unermüdlich und erhielt Stipendien, die ihn an die Universität brachten. Sein natürliches Verkaufstalent, das er seit seiner Kindheit geschärft hatte, ließ ihn in der Geschäftswelt hervorstechen. Mit 30 Jahren war Eason der Gründer und CEO eines der größten Versicherungsunternehmen des Landes. Sein Büro an der Spitze eines Wolkenkratzers bot einen Panoramablick auf die Stadt, die ihn einst abgelehnt hatte. Aber der Erfolg hatte sein Herz nicht verändert. Er vergaß nie die Lektionen seiner Mutter über Demut und Mitgefühl. Sarah, jetzt 53, lebte in einem komfortablen Haus, das ihr Sohn ihr zur Verfügung gestellt hatte. Sie machte immer noch Süßigkeiten, nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Liebe. Ihre Worte halten jeden Tag in Ethans Kopf wieder, Sohn, vergelte niemals Böses mit Bösem. Pflanze gute Dinge, denn das Gesetz der Saat und Ernte versagt nie. In der Zwischenzeit hatte Roberts Leben eine unerwartete Wendung genommen. Sein einst berühmtes Restaurant stand vor finanziellen Schwierigkeiten. Aber seine größte Sorge war die Gesundheit seiner Frau Linda. Bei ihr war eine seltene Krankheit diagnostiziert worden, für die eine teure Behandlung erforderlich war, die die Krankenversicherung jedoch nicht übernehmen wollte. Robert, jetzt 60, schien innerhalb weniger Monate um ein Jahrzehnt gealtert zu sein. Seine Nächte verbrachte er damit, nach Alternativen zu forschen und die Versicherung um Hilfe zu bitten. Jede Ablehnung war wie ein Schlag für sein ohnehin schon schwaches Herz. An einem regnerischen Nachmittag beschloss der verzweifelte Robert, eine letzte Möglichkeit auszuprobieren. Er hatte von einem neuen Versicherungsunternehmen gehört, das für seinen innovativen und mitfühlenden Ansatz bekannt war. Mit zitternden Händen wählte er die Nummer. Vielen Dank, dass Sie Horizon in Sorengs angerufen haben. Wie kann ich Ihnen helfen, antwortete eine freundliche Stimme. Robert erklärte seine Situation, seine Stimme von Emotionen erstickt. Der Angestellte hörte aufmerksam zu und versprach, dass sich bald ein Vertreter bei ihm melden würde. Am nächsten Tag erhielt Robert zu seiner Überraschung einen Anruf. Herr Robert, hier spricht Horizon in Sorengs. Wir möchten ein Treffen vereinbaren, um Ihren Fall persönlich zu besprechen. Wie wäre es mit einem Abendessen heute Abend? Benommen von der Schnelligkeit und der persönlichen Aufmerksamkeit stimmte Robert zu. Der Vertreter schlug ein Restaurant vor, und Robert erkannte die Adresse, es war sein eigenes Lokal. Aber, woher wissen Sie, begann er zu fragen. Wir haben recherchiert, Sir. Wir glauben, Sie fühlen sich in einer vertrauten Umgebung wohler. Wir treffen uns um 20 Uhr. Robert legte den Hörer auf, eine Mischung aus Verwirrung und Hoffnung erfüllte seine Brust. Den Rest des Tages verbrachte er damit, das Restaurant Nervös für das wichtige Treffen neu zu organisieren. Was Robert nicht wusste, war, dass bei Horizon in Sorengs Issen den Namen beim Durchsehen der Tagesfälle erkannt hatte. Erinnerungen an jenen Sommernachmittag, vor so vielen Jahren, überfluteten sein Gedächtnis. Für einen Moment erwog er, den Fall abzulehnen, aber die Worte seiner Mutter halten in seinen Ohren, Sohn, erwidere niemals Böses mit Bösem. Pflanze gute Dinge, denn das Gesetz von Säen und Ernten versagt nie. Mit einem tiefen Seufzer beschloss Issen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Genau um 20 Uhr betrat Issen das Restaurant. Der Ort hatte sich seit seinem letzten Besuch kaum verändert. Die gleichen eleganten Tische, die gleichen makellosen weißen Tischdecken. Aber jetzt bemerkte er subtile Anzeichen von Abnutzung, hier eine abblätternde Farbe, da eine abgenutzte Polsterung. Robert wartete nervös in der Nähe des Eingangs. Seine Augen weiteten sich, als er den gut gekleideten jungen Geschäftsmann auf sich zukommen sah. Es war etwas Vertrautes an diesem Gesicht. Mr. Robert, Issen streckte die Hand aus, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Ich bin Issen, CEO von Horizon Insurings. Es ist mir eine Freude, Sie persönlich kennenzulernen. Erkennung traf Robert wie ein Blitzschlag. Seine Beine wurden schwach, und er musste sich an einem nahegelegenen Stuhl festhalten. Du, du bist dieser Junge, stotterte er. Issen nickte ruhig. Ja, das bin ich. Robert, der das Schlimmste befürchtete, konnte seine nun unkontrollierbare Nervosität nicht verbergen. Er fühlte, wie ihm Tränen in die Augen stiegen. Scham und Reue verzerrten ihn. Ich, ich bin sehr traurig. Was ich an dem Tag tat, war unverzeihlich. Keine Sorge, sagte Issen, ich bin hier, um zu helfen, nicht um zu urteilen. Issen führte Robert sanft zu einem Tisch. Lass uns hinsetzen und reden. Es gibt viel zu besprechen, und nicht nur über die Vergangenheit. In den nächsten Stunden teilten die beiden Männer eine Mahlzeit und ein tiefes Gespräch. Robert sprach über die Herausforderungen, denen er sich gegenüber sah, über Lindas Krankheit und darüber, wie alles um ihn herum auseinanderzufallen schien. Issen hörte aufmerksam zu, stellte gelegentlich Fragen und machte sich Notizen. Sein Gesicht verriet keine Emotionen außer echter Besorgnis. Schließlich, als der Nachtisch serviert wurde ironischerweise ein süßer Leckerbissen, der Issen an die erinnerte, die er in seiner Kindheit verkauft hatte, sprach der junge Geschäftsmann. Herr Robert, ich habe Ihren Fall sorgfältig analysiert. Horizon Insurengs ist bereit, nicht nur die Behandlung Ihrer Frau zu decken, sondern Ihnen auch einen Spezialplan anzubieten, der Ihre finanzielle Sicherheit in der Zukunft gewährleisten wird. Robert war erstaunt. Aber, warum? Nach dem, was ich getan habe. Issen lächelte, ein Lächeln, das jahrelange Weisheit und Mitgefühl ausstrahlte. Meine Mutter hat mir immer beigebracht, dass wir gute Dinge pflanzen sollten, auch wenn wir Schwierigkeiten durchmachen. Dies ist meine Chance, diese Lehre in die Praxis umzusetzen. Tränen liefen jetzt frei über Roberts Gesicht. Ich verdiene deine Freundlichkeit nicht. Es geht nicht darum, ob man es verdient, antwortete Issen leise. Es geht darum, das Richtige zu tun. Wir alle verdienen eine zweite Chance. In den folgenden Tagen arbeitete Issen unermüdlich daran, sicherzustellen, dass Linda die bestmögliche Behandlung erhielt. Er überwachte den Fall persönlich und sorgte dafür, dass jedes Detail berücksichtigt wurde. Robert, tief bewegt von Etans Großzügigkeit, beschloss, sein Restaurant zu transformieren. Er begann einmal in der Woche kostenlose Mahlzeiten für benachteiligte Kinder und ihre Familien anzubieten. Das Etablissement, das einst ein Symbol für Exklusivität gewesen war, wurde zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung in der Gemeinschaft. Monate später, an einem sonnigen Nachmittag, erhielt Issen eine Einladung zum Abendessen in Roberts Restaurant. Bei seiner Ankunft war er überrascht, eine kleine Versammlung vorzufinden. Robert und Linda, die nun genesen war, waren dort, zusammen mit Etans Mutter, Sarah. Wir wollten dir persönlich danken, sagte Linda und umarmte Issen mit Tränen in den Augen. Du hast nicht nur mein Leben gerettet, du hast uns eine neue Perspektive gegeben. Sarah, stolz, beobachtete ihren Sohn. Sie wusste, dass die Lektionen des Mitgefühls und der Vergebung, die sie vor Jahren gepflanzt hatte, auf eine Weise erblüht waren, die sie sich nie hätte vorstellen können. Robert nährte sich Issen, seine zitternden Hände hielten eine kleine Schachtel. Das ist für dich, sagte er und öffnete sie, um eine goldene Brosche in Form eines keimenden Samens zu enthüllen. Zur Erinnerung daran, dass selbst die kleinsten Samen der Güte wachsen und leben verändern können. Issen nahm das Geschenk gerührt an. Als er die lächelnden, dankbaren Gesichter ringsum betrachtete, verspürte er eine Welle der Dankbarkeit. Seine Reise, von dem Jungen, der Süßigkeiten verkaufte, zu dem erfolgreichen Geschäftsmann, war von Herausforderungen geprägt, aber auch von unzähligen Akten der Güte sowohl empfangen als auch gegeben. An diesem Abend, als alle Geschichten und Lachen am Tisch teilten, dachte Issen über die transformative Kraft von Vergebung und Mitgefühl nach. Er erkannte, dass sein wahrer Erfolg nicht in seinem Geschäftsimperium lag, sondern in der Fähigkeit, das Leben anderer positiv zu beeinflussen. Roberts Restaurant wurde zu einem Symbol für zweite Chancen und Gemeinschaft, während Horizon in Surengs unter Ethans Führung weiterhin mit Richtlinien innovierte, die das Wohl der Menschen über den Gewinn stellten. Jahre später, als man ihn nach dem Geheimnis seines Erfolgs fragte, antwortete Issen immer mit einem Lächeln und zitierte die Worte seiner Mutter, Pflanze gute Dinge, denn das Gesetz von Säen und Ernten versagt nie. Und so verwandelte sich die Geschichte eines armen Jungen, der in einem Restaurant gedemütigt wurde, in eine kraftvolle Lektion über die Stärke der Vergebung, die Bedeutung des Mitgefühls und die dauerhaften Auswirkungen, die unsere Handlungen auf das Leben anderer haben können. Issen und Robert, einst getrennt durch Umstände und Vorurteile, wurden lebende Beispiele dafür, wie Freundlichkeit Barrieren überwinden und nicht nur Individuen, sondern ganze Gemeinschaften transformieren kann. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, bitte geben Sie einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Ich ermutige Sie auch, einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5 zu hinterlassen, um zu zeigen, wie sehr Ihnen die Geschichte gefallen hat. Vergessen Sie nicht, auch das Video anzusehen, das jetzt auf Ihren Bildschirmen angezeigt wird. Auf Wiedersehen!